Hallo. 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 Ja, hallo. Ja, hallo. Ich zeige jetzt, also ihr wolltet ja mein Ultimate-Team sehen. Frage ich jetzt kurz und dann Ultimate-Team. Die Lanzen sind natürlich Katastrophe. Hey, bist du so schlecht, wirklich? Ich spiele kein Ultimate-Team, das ist mein Team. Jo, du spielst jeden Tag, sagst du mal. Ja, genau. Deswegen habe ich auch noch zwei Spiele gemacht. Also hier Ronaldo. Zwei Ronaldos im Sturm. R7 und R9. Dann Ronaldinho auf der 10. Links Alan. Rechts meine 90er-Karte. Fabinho. Innen Pérez, Puyol, Van Dijk. Rechts Riccardo Pereira. Und Tor habe ich im Bound. Also Leute, let's go. Will einen Spieler, welchen wir euch nehmen? Also ich sage mal so, ihr wisst ja alle, wie ich bei FIFA aussehe. Deswegen, ich erstelle mich jetzt mal ein bisschen, also lustig halt. Ohne mich halt irgendwie lustig zu machen, aber einfach so aus Spaß. Nimm mich mal den hier. Dann nenne ich mich natürlich. Havi. Kommentarname. Ich heiße, äh, Lil Mitch. Ich heiße Kai Linjo. Havi, Alter, es gibt Havi als Kommentarname. Es ist so geil. So Leute, was sagt ihr zu meinem Aussehen? Sieht aus wie du, nur Homo. Ihr steht für ein, bei einem Verein beitreten. Wie heißen wir? Wie heißen wir? Äh, die Yves Nanners, natürlich. Ja, ich bin, ich bin beigetreten. Ja, ich bin drinne. Ich spiel das erste Mal FIFA seit fünf Jahren, Leute. Lachen. Ja, jetzt geht's los. Suche nach Spiel, Leute. Wir spielen gegen Bayern Scheiße, gegen den 1. FC Bayern München. Mann. Ich bin das. Ich bin der hier. Wer ist das? Ich. Ich glaube es nicht. Ich spiel rüber, die Murmel. Lil Mitch ist frei. Hab ihn. Und bin auch da. Ah, Mitch, er muss ankommen. Weiter, weiter, Junge, weiter. Gegenpressing, gegenpressing. Hey, bleib vorne, Junge. Sie macht das. Bleib da vorne. Oh, sieht gut aus. Ich setz mich schon mal. Ich setz mich ab. Da kommt die Flanke. Oh, was ist das denn? Wir spielen gegen die beste Mannschaft der Welt. Oh Gott, oh Gott. Ey, ey, ey. Ja, erstmal über Sam. Ja, ich stebe ein paar. Okay, und Lil mal nach vorne, Junge. Oh, guter Ball. Oh, oh, stark, Jungs. Steck mal. Ah, okay. Ah, schade, schade. Hab ich. Oh, ja. Ich hab den linken Fuß. Oh, sorry, ich muss mir abspielen. Ey, wie siehst du aus, Kai? Und dann haben wir ihn. Das ist gut, Sam, von dir. Ich bin da, Junge. Edgar Davids. Mitch, wo bist du? Komm. Schick mal, schick mal. Mitch, geh mal ab da. Mitch ist ja einfach ein New Kid, Alter. Mann, die Box. Edgar Davids. Oh. Oh. Ey, Sam. Das ist tödlich. Oder bin ich da, Jungs? Ey, wie gut bist du, Sam? Ja, Jungs, ich hab das Spiel studiert. Ja, der ist... Oh, bist du... Ja. Marien! Nein! Nee! Mitch, komm, Junge, wir müssen das vorne machen. Oh, super Ball. Schick im Mitch. Geben wir ab da. Setz mich ab. Viel vorwärts, lang jetzt. Oh, wie lang der ist. Der ist am Bohren und wühlen da. Wir müssen früher draufschießen, sagen die Zuschauer, Leute. Alter, ich stehe im Abseits. Ich bin im Zwischenraum. Okay, warte. Na, warte. Einen auf. Und da kriegst du ihn. Hab ihn. Geil. Spiel dich an. Der Mitch ist. Guten Appar, er ist frei. Nein. Das ist Wahnsinn. Es war Abseits. Ich habe den extra nicht gemacht. Abseits. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Oh, Sam, wie gut bist du, Lan? Oh Gott. Boah, ist er fanisch. Ich gehe tief. Ja, der kommt nicht. Der kommt nicht. Weg ist der Ball. Nein, du heißt nicht Balic, oder? Ich heiße Shrek. Hanno Balic. Ich dachte, du hast dich Hanno Balic genannt. Das wäre zu krank. Der spielt aber mit uns. So Leute, und übrigens, das Gewinnspiel startet dann und ihr dürft halt euch qualifizieren, um sozusagen mit uns dann hier zu spielen und auch am Headset könnt ihr dann mit uns spielen. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Gute Aktion. Oh, ist das schön. Bruder, schieß doch. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ja, ich bin da. So ein geiler Ball. Schieß. Lass mal. Oh. Raus. Spiel das Ding raus. Ich fang das Ding raus. Schieß. Was hat der für einen Schuss, Alter? Ja, der hat gef... Ey, wie sieht es aus wie 80, ja? Ja, ich schwöre. Es ist zu krank. Ich will mal Mitch sehen, wie der aussieht. Ist ja einfach Grinch, Finch asozial, Alter. Ja, ja. Oh, Jungs, ist das schön. Oh, das ist schön. Ich bin auch wieder da. Geh alleine. Mach ihn, Jungs, mach ihn. Elva, Elva. Raff, Raff, ey. Ich bin wieder da, bin ausgerutet. Unmitch. Und geh bitte. Oh, das ist ein geiler Ballteam. Und schieß. Oh. Das ist geil. Come on. Come on. Boah, super Schuss. Come on, Leute. Alter, wie krass. War bitte der Schuss? Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu stehen. Wie ein junger Gott, ey. Der 80-jährige Mann. Oh Gott, Jungs. Oh, sorry. Ich habe einen umgegräzt. Alter, was ist das für ein Turmat, Alter? Ich habe einen umgegräzt. Das bin ich, Leute. Seht ihr mich? Nein, nein, nein. Der ist ja ein new kid. Ich bin vorne, ich bin vorne. Und jetzt gehe ich ab. Oh, ja. Der geht, der geht. Oh, ja, der geht. Ich bin durch, ich bin durch. Du warst das alleine, das Ding. Lupfer. Oh mein Gott. Oh, was? Oh, schade, Jungs. Ich bin halt vollkommen tot. Meiner ist rot. Oh, den. Oh, je, je, je. Wie gut ist der? Oh, ist das schön. Jetzt zippen ihn, Junge. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Nein. Nein. Bist du tief? Ja. Oh, das ist schön, Jungs. Macht er gut. Warte auf Mitch. Stärk. Oh. Oh mein Gott. Komm her, Junge. Komm her. Komm her zu mir, Alter. Allo. 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 Mein letzter Sprint, den ich in den Knochen habe. Oh, das macht's. Hey. 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 Der ist rein, der ist tot. Hey, der ist tot. Hey, der ist tot. Das macht Bock, muss ich sagen. Noch ein Spiel. Noch eins? Nein. Mensch, du hast ja Oberlippenbart. So, jetzt mache ich mein erstes Tor. Hey, hol den Ball. Ich habe schon einen Doppelpack im Petto. Zwei Tore im ersten Spiel. Jetzt geht's weiter. Komm entgegen. Und. Und. Oh, stark Jungs. Oh, ist das lecker Jungs. Ist das lecker. Gefährlich. Oh. Und jetzt die Chance. Oh Gott. Oh. Bruder, was machst du denn damit? Nein. Wohin bist du gelaufen Bruder? Wir wollen Tiki Taka. Gefährlich aus. Kann er was draus machen? Rückraum. Geh rein. Rückraum. 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 Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Nee. Der muss sitzen. Wir sind da, wir sind da. Ja, okay. Doppelpass. Oh, ja. Oh, der wühlt. Der wühlt. Oh Gott. Ist das schön. Mitch. Ja. Nein. 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 Das erste Tor soll nicht fallen. Es soll einfach nicht sein. Mitch bleibt vorne. Ja. Ey, was ein scheiß Drecks Torwart, Alter. Da fehlt der Lombo im Tor. Da fehlt der Lombo. Was hat der für einen Schuss da? Roberto Carlos, Alter. Sehr gut. Ich bin zufrieden. Das könnte was werden. Nein. Sam, du hast dich für den falschen Pass. Oh. Oh mein Mitch. Ja. Da bist du. I am the one. Ich kann nicht so schreien. Ich habe Ärger bekommen gerade. Mann, Mitch. Ich muss schlafen. Aber ich freue mich auch nochmal, Leute. So geil. Erstes Tor, Alter. Für die Fnadas. Und komm. Und da kommt das nächste. Schick mich. Schade. Gut. Und jetzt nach vorne. Wir haben die Möglichkeit hier ganz problemlos gehalten. Oh, ist das ein geiler Ball. Oh, ist das gut. Was ist das denn? Wie geht's auch? Nicht direkt. Mach alleine. Mitch. Nein. Mitch. Aber... Was... Was denn? Ja, was... Also... Der pass war doch top. Ja, der war überragend. Mach ihn. Ja, lange Eck. Ja. Ja. Jawollo. Das ist so geil, Kai. Das ist das dritte Zorn für die Ife-Nanas. Oh, Mensch. Du kriegst nur einen auf dem Fuß, Alter. Gib dir noch einen auf dem Silber-Tablett. Oh, je, je. Es wird bestraft. Die Nachlässigkeiten werden bestraft. Nein. Das Spiel drüber. Oh, ich hab... Ja. Karma. Sweaty. 2 Spiele, 2 Siege. Ey, gute Jungs. Ja, 2-1 gewonnen. Ja, 2-1 gewonnen. Ja, ja. Ja, okay. Okay, danke fürs Zuschauen. War ein geiler Stream. Danke fürs Zuschauen. Danke. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.